Hallo Freunde, wie es der Zufall will, oder Zufall ist ein wenig untertrieben, stehe ich hier mit Pete, einem meiner besten Freunde der Musikerszene und wir reden gerade über euren Verein, den Musikertreff Hermel, Stellan e.V. und es geht um das diesjährige Spektakel um 21. Das lege ich euch mal ganz unbesehen ans Herz, weil alles was dieser Mann hier macht, morganisch, morganatomisch, kann nur gut werden. Ich grüße euch, zusammen mit meinem Freund Piri, euer Erik Fisch. Viel Spaß. Viel Spaß.